Der perfekte Augenaufschlag für bis zu drei Monate und das in wenigen Minuten. Sophie sei verraten, wer schön sein will, muss heute auch ein bisschen leiden. Also ich fühle mich auf jeden Fall nicht wohl. Nachdem sich alle drei abgeschminkt und die Augenpartien gründlich gereinigt haben, geht's mit dem teuersten Kit für knapp 120 Euro los, das Melina für uns ausprobiert. Das 32-teilige Set verspricht einen echten Wow-Effekt für bis zu sechs Wochen und soll für 50 Behandlungen reichen. Die 23-Jährige hat sich bisher mit Wimpern-Extensions beholfen. Melina folgt der beiliegenden Anleitung in der Verpackung. Zuerst werden die Wimpern mit einem Primer nochmal von Fett und Schmutz befreit. Dann soll man jetzt das passende Silikon-Pad auswählen. Dicht am Wimpernkranz anbringen und mit Kleber bestreichen. Die Wimpern möglichst gerade anlegen. Der vierte Schritt ist, dass man die Lifting Lotion Step 1 aufträgt. Die Lotion macht die Härchen formbar, ähnlich wie bei einer Dauerwelle. Dabei darf nichts ins Auge gelangen. Dann heißt es 10 Minuten warten. In der Zwischenzeit macht sich Zoe an das mittelpreisige Set für 69 Euro mit 27 Teilen. Auch das kann mehr als einmal benutzt werden. Meine Wimpern sind einfach leider nicht so gut geschwungen. Das stört mich sehr an meinen Wimpern. Das Versprechen des Herstellers bis zu 8 Wochen Halt. Ein großer Pluspunkt dieses Sets. Zoe kann auch online auf die Video-Schritt-für-Schritt-Anleitung des Herstellers zurückgreifen. Die ersten Anleitungsschritte unterscheiden sich kaum vom teuren Kit. Sobald das Silikon-Pad sitzt, wird auch hier geklebt. Das Gefühl, nicht alle Wimpern bleiben daran kleben. Die fallen dann wieder nach unten. Aber hier steht, dass man dann einfach erneut Kleber drauf machen sollte. Eine echte Friemel-Arbeit, bei der sich Sorgfalt aber auszahlt, wie Zoe später noch sehen wird. Noch die erste Lotion auftragen? Dann heißt es auch für sie 10 Minuten warten. Die Einwirkzeit kann bei dickeren Wimpern variieren. Bei Melina ist die Einwirkzeit bereits um. Sie trägt nun die zweite Lifting-Lotion auf, die auch wieder 10 bis 15 Minuten einwirken muss. Die Lösung fixiert den neuen Schwung in den Wimpern. Das gleiche Spiel bei Zoe. Vicky macht sich währenddessen ans günstige Kit für 11 Euro. Kleinster Preis mit dem größten Versprechen. Bis zu drei Monate Schwung für die Wimpern. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin eine schwierige Kundin. Ich habe wirklich schwierige Wimpern. Und bin gespannt, ob es auch wirklich das verspricht, was es sagt. In Vickys Set liegen sogar Patches wie beim Profi bei, um den unteren Wimpernkranz besser vom oberen abzutrennen, sodass sich keine der Haare nach oben verirren. Die Anleitung gibt's nur auf Englisch. Auch wenn Vicky die Sprache beherrscht, hier und da sind die Formulierungen verwirrend. Und das soll nicht die einzige Hürde bleiben. Jetzt muss ich das leider so halten. Wenn ich nach unten schaue, kommt das Pad mir ins Auge. Jetzt muss ich das Auge reinigen mit Nummer 4. Der Ablauf ist ansonsten ähnlich wie bei den anderen Kits. Nur die Mengenangaben fehlen. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Tropfen oder wie viel jetzt hier gewollt wird. Ich finde es nicht. Dann machen wir es einfach mal nach Gefühl. Und noch etwas ist anders. Vicky soll die Wimpern mit diesem Klebeband luftdicht abkleben. Das traut sie sich allerdings nicht und verwendet deswegen Frischhaltefolie, wie die Profis im Kosmetikstudio. Sie soll dafür sorgen, dass die Lutionen besser einwirken können. Und? Was bringt es? Also das Endergebnis gefällt mir besser als gedacht. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, Vickys Wimpern haben einen schönen Schwung bekommen. Auch Melina ist mit dem Ergebnis des teuren Sets zufrieden. Zoys mittelpreisiges Produkt hat seinen Job ebenfalls erfüllt. Allerdings sind bei ihrem ersten Auge ein paar Wimpern etwas schief geworden. Ordentlich festkleben ist hier also wirklich wichtig. 24 Stunden nach einem Wimpernlifting sollte man den Kontakt mit Wasser übrigens vermeiden und auf die Anwendung von Cremes oder anderen Ölen verzichten. Aber wie lange hält dieses Ergebnis nun an? Sechs Wochen bis drei Monate versprechen die Hersteller. Zoe trägt nach einer Woche mal wieder Mascara auf. Dadurch, dass die Wimpern so gegruselt sind, sieht das da auch nicht besonders super drauf aus. Also die Mascara. Aber sonst bin ich weiterhin sehr zufrieden. Bei Melina gibt es dagegen keine Beschwerden, obwohl sie ihre Wimpern sogar extremen Situationen aussetzt. So, ich bin jetzt gerade in der Infrarot-Sauna und das Wimpernlifting sieht immer noch sehr gut aus. Hat immer noch einen schönen Schwung und auch die Hitze von davor, von der Sauna hat dem Lifting gar nichts gemacht. Nach knapp einem Monat findet Zoe, dass ihr mittelpreisiges Lifting, das acht Wochen Halt verspricht, nachlässt. Sie greift wieder zur Wimpernzange. Wie ist es bei Melinas teurem Lifting? Also der Schwung ist immer noch ein bisschen da, aber er geht halt echt langsam verloren. Also ich bin nicht wirklich enttäuscht von dem Lifting, da es trotzdem sehr lange gehalten hat und er auch immer noch hält, nur eben langsam jetzt nachlässt. Vier statt bis zu sechs Wochen Halt. Immerhin. Auch wenn das günstige Lifting bei Vicky noch hält, hat sie etwas zu bemängeln. Irgendwie fallen mir ein paar Wimpern aus und die sind halt kreuz und quer und gehen mir ins Auge, dass ich manchmal echt Schwierigkeiten habe, das Auge aufzumachen muss. Mindestens einmal am Tag mir mal ins Auge fassen, vor allem hier vorne im Innenbereich, weil da piekst es mir ständig ins Auge rein. Unsere Testerinnen sind natürlich keine Profis, da kann bei der ersten Anwendung vielleicht mal was schief gehen. Übung macht bekanntlich den Meister.